Mit Hilfe der Wolfkraft-Konturenlehre und der separat erhältlichen Bohrlehre ist es nun möglich, Konturen wie zum Beispiel Sanitär- und Heizungsrohre exakt zu markieren und auszuschneiden. Die feingliedrigen Abtaster erlauben ein leichtes und sehr genaues Abnehmen der Maße. Mit dem Klemmhebel können die Abtaster ohne jegliches Verschieben für den späteren Gebrauch fixiert werden. Anschließend werden die Maße einfach auf die Fliesen übertragen. Nach dem Bohren mit der Lochsäge passt die Fliese dann perfekt an die Rohre. Neben Fliesen können mit der Konturenlehre auch andere Materialien wie zum Beispiel Laminat verwendet werden.